Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video! Mit dabei ist die liebe Haga! Hi! Und wir spielen heute Rocket League Radical Summer. Und dieses Spiel ist sehr cool, also ich muss hier noch was einstellen, also Leute, ich muss, sie sollen nicht kurz reden, ich weiß ja nicht, was sie sagen sollen. Aber das Spiel ist richtig cool, man muss den Ball in den Tore schießen, aber Eishockey, Eishockey macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ja, also Leute, wir sehen uns gleich, wenn wir das gespielt haben, also... Ich glaube, ich habe vergessen, die Namen reinzuschreiben, aber ist okay. Reinzuschreiben, die Namen! Mhm. Warte, hier. Ah doch, da steht ja, okay. Siehst du? Gut. Los geht's. Los! Oh mein Gott. Alter, ich gewinne hier schon seinen Lockeren. Edyr ist mega, mega, mega gut. Ich weiß nicht mal, wo der Ball ist und er ist schon... Ach, da ist er. Also diese Eishockey-Ding, die Scheibe. Und dann... Oh nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ist er nicht. ich bin überhaupt nicht gut da drin ist so gut er ist so gut ich bin einfach so schlecht gewinnt die ganze zeit wirklich ich krieg das einfach nicht mehr er ist so gut er ist viel zu gut guck mal ich kann das überhaupt nicht guck mal guck mal wie er einfach so den ball von mir nimmt und einfach so zum tor geht wo ist er denn jetzt ich weiß nicht mal wo er ist er ist einfach so mega mega gut er ist einfach ich glaube ich stehe damit mich nicht weil ich will nicht dass ich verliere ich habe fast ein eigentor gemacht ich habe fast ein eigentor gemacht nein nicht so schnell lass mich ich möchte jetzt auch mal ein tor machen junge er ist so gut er ist so gut er spielt das wie ich zum ersten mal und er ist schon von einfach an so gut ich verstehe es an ja ich weiß es ja auch nicht leute ich habe total gar kein orientierung sind hier ich weiß gar nicht immer wo die guck mal wie er sich den ball einfach so schnappt und einfach mal ein tor macht ich verstehe das nicht ich bin so schlecht ich bin so schlecht schaut mal wie gut er spielen kann ihr müsst wirklich auch das spiel spielen das macht echt spaß aber nur wenn man gewinnt wenn man verliert doch das kann ich was müssen dabei jetzt ich habe aber weißt du was du weißt du was du was du nicht so gut konntest ist dieser bastel fall das basketball spiel das konntest du nicht so gut das konnte ich wie besser wo man den ball in den korb reinwerfen musste ach ja das lassen wir mal zeigen ja leute wir können das sehen aber erst wenn die runde zu Ende ist leute er macht mich fertig guck mal 6 zu 0 6 zu 0 6 zu 0 ja du kannst an dem ball auch lenken ha du kannst den ball auch lenken wie äh an dem du an der seite so so machst ja warte warte bleib ich komm ja nicht mal an den einen ich bleib nicht stehen ich komm ja nicht mal an den ball ran du lässt mich ja nie an den ball ran guck du bist du klebst für mich am ball jetzt mach ich mir noch ein eigentor jetzt wo ich das richtig gut kann schieße ich das falsche Tor schaut mal ich kann das hier wirklich gut aber wohin schieße ich du kannst gut ein eigentor schießen ja das kann ich ein eigentor kann ich immer sehr gut schießen vielleicht soll ich mal die farbe wechseln dass ich mal blau bin und du orange nicht so oh mein Gott ich habe dich gegen den ball geschubst guck mal guck mal ich habe das so gemacht dann guck mal 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 guck thank you thank you nein nein ich wollte doch den tor da reinschießen was soll das gib mir den ball wieder zurück nein 8 zu 1 das ist so peinlich das ist so peinlich 8 zu 1 einfach nur peinlich also für mich bei nicht nicht für dich für dich ist es mega cool was mir geholfen danke dafür und jetzt will ich auch mein tor auch mein ich hätte dort warten soll nicht hier falsche richtung nein 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 ich lasse dich diesmal nicht ich lasse dich diesmal nicht ist mir egal wenn er noch eine minute ist kein tor mehr gib her die krieg ich jetzt nein Nein! Warum schieße ich jetzt zu meinem Tor? Warum? Warum mach ich? Guck mal, guck mal! Leute, schaut mal wie peinlich das ist! Schaut mal wie peinlich! Schaut mal was ich gerade mache! Schaut mal! Ich helfe! Ist das nicht peinlich, Leute? Ist das nicht peinlich? Gib her, Junge! Nein! Meiner! Meiner! Es ist mein Ball! Nein, du kriegst nicht noch ein zehntes Tor! Ich mach das! Ich mach noch ein eigenes Tor, okay? Lass mich doch mal noch ein! Ich hab ein zehntes Tor! Zehntes Tor! Du weißt, wir spielen jetzt Basketball! Dann mach ich dich fertig! Was? Dann mach ich dich fertig beim Basketball! Doch! Ich mach dich fertig beim Basketball! Ich mach dich jetzt fertig beim Basketball! Geh mal her! Nein, 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 nein! Doch, 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 doch! Ich mach dich jetzt fertig beim Basketball! Mach dich nicht fertig! Oh doch! Du bist echt gut geworden! Oh doch! Du bist echt gut geworden! Mhm! Leute! Beim Basketball, da bin ich besser als er! Bei Fußball und bei Eishockey ist er einmal besser, aber bei Basketball nicht! Ich bin jetzt mal gespannt! Oh! Was? Wer hat den Ball hier geworfen? Weiß ich nicht! Oh mein Gott! Was? Komm schon! Hoch, hoch, hoch mit dir! Alter! Wo ist denn der Ball hin? Alter, ich krieg den! Die feiern dich alle an, die mögen nicht alle! Idia plays, habe ich gehört! Hab ich mir geholfen? Alter, komm mal! Du kannst einfach an der Wand fallen! Wo ist denn der Ballhahn, Junge? Wo ist denn der Ballhahn? Ich stehst doch ein Eigentor! Oh Mist, fast hätte ich dir in den Korb reingerossen. Oh, habe ich den Ball getroffen? Oh nein! Oh mein Gott! Du hast immer den Ball! Kannst du ihn mal bitte loslassen, dass ich ihn auch mal habe? Du hast ihn geworfen! Oh nein! Oh mein Gott, das war richtig knapp! Leute, der Ball muss gleich pupsen! Wie findet ihr eigentlich das Spiel, Leute? Ja, findet ihr das gut oder findet ihr das schlecht? Habe ich gewonnen? Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen! Nein! Nein! Du bist echt gut! Du bist echt gut! Du bist echt gut! Warum fährst du und fährst? Damit ich den Ball sehen kann! Ich weiß immer nie, wo der ist! Ich weiß nie, wo der ist! Weißt du was? Ich kann füften! Ich mache jetzt auch noch ein Eigentor! Oh! Oh! Was ist denn der Ballhahn? Was ist denn der Ballhahn? Ja! Ja! Das ist echt schwer, Leute! Das Spiel! Denkt nicht an... Ja! Mann, lass mich doch auch mal den Ball haben. Bitte. Ich darf nie den Ball haben. Oh mein Gott, ich habe gerade die Watt hat gegen mich gespielt. Mann, ich möchte auch mal den Ball haben. Emma, hast du den? Ja, du hast den. Das merkst du nur du. Nein, wieso springst du verrückt? Wieso springst du so viele Verrückte? Nein, 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 nein. Komm her, komm her, komm her. Komm her, Ball. Ja. Nein, 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 nein. Noch eine Runde. Noch eine Minute. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit, Leute. Du gewinnst auch hier. Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Guck mal, er fährt doch noch die Decke hoch. Er fährt doch noch die Decke hoch, der Junge. Guck! Komm schon, lieber. Ja, ja. Guter Junge. Hör nicht aus, sie ist doch eine Verräterin. Mann, du hast mir den Ball geklaut. Oh, jetzt hast du einen so gemacht. Ich nicht. Jetzt habe ich einen gemacht. Soll ich einen machen? Leute, ihr gewinnt immer. Ich mache mir normales Fußball. Ja, normales Fußball. Was? Oh, Junge. Da ist doch die Stadt. Leute, seht ihr die Stadt da? Es ist stürmisch. Stürmisch? Hm. Leute, wisst ihr das? Das sind Regenbogen. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh, mein, nein, das macht doch keinen Spaß! Ich wollte warten. June, und ich mach doch einen Überkopfflug! Warum schießt du mich immer weg? Weil ich nicht immer wegschieße, neeeeeein! Neeeeeeeein! Du hast ein eigenes Tor gemacht, oder? Ja! Ich hab ihn doch weggekommen! Ich wollte ihn aber reinschießen. Wieso? Nein, das macht so keinen Spaß. Das macht so echt keinen Spaß. Nein, der hat sich gehalten! Nein, nein, nein! Das macht so einfach keinen Spaß. Wenn du immer nur gewinnst, und ich nicht. Nein! Ich lass dich jetzt gar ein Zauber machen. Ich lass dich keinen Zauber machen. Denk ja nicht, dass ich dich noch lasse. Was? Was war das? Ich weiß nicht, was das war. Das war ein Gewitter. Gewitter? Von hier? Ne, im Spiel, aha! Denkst du das hier ist? Nein, 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 nein! Oh mein Gott. Den haben doch Einiei zur gemacht! Ja, das bin ich halt. Haga macht immer nur Eigentore. Das ist so. ich werde nicht hager wenn ich nicht eigentur warum willst du mich denn dass ich doch mein eigentur machen der lässt mich nicht mal ein eigentur machen nicht mal das nein heute wie da ich fliege leute sind die ganze genau hinschauen hier da da sind die wieder ich fliege da seht ihr das ist ja cool oder ne ist nur uncool geh rein geh rein nein warum machst du das warum lässt du mich denn nie einen tor schießen ja danke in die richtung ist gut ich bin so schlecht beim fußball wirklich leute ich verpasste ich kann nicht mal den ball ähm na endlich warum schaut mal wie schlecht ich bin schaut mal ich kann nicht mal den ball richtig reinschießen das war nur zufall guck mal ich werde ich weggeschossen ich bin so schlecht ich bin so schlecht ich bin so schlecht ich bin so schlecht der ball? oh nein nein warum verpasse ich den ball? komm doch mal hier zu mir mal komm doch mal hier zu mir mal komm zu mama ja sehr gut komm zu mama ja 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 sehr gut sehr gut sehr gut richtige richtung falsche richtung ball nein nein das ist total die falsche richtung jetzt ist es richtig du europa darf順 hier in die sind hier und estaban teilt ganz der wir schon die richtige richtung und nein 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 ich soll doch nicht das tor sondern der ball leute der ball soll doch es tun das ist wieder richtig cool guck mal wie ich auf dem bord gleite ich bin auf dem boden wo bin ich du bist einfach so gut Ja, ich bin einfach sooo cool. Redia ist einfach mega gut. Leute, das seht ihr jetzt? Aber da war das andere coole. Da bin ich voll geflogen!